Also die Erntebilanz 2024 ist sehr durchwachsen. Ich würde jetzt zusammenfassen, hohe Betriebsmittel, niedrige Ernten, niedrige Preise. Was waren die größten Herausforderungen für die Landwirtschaft im heurigen Jahr? Die größten Herausforderungen für die Landwirtschaft ist sicherlich, also in der Witterung zu suchen. Der Klimawandel zackt uns, so wie heuer, in einem besonders nassen Jahr die Schwierigkeiten, die wir jetzt beim Anbau, bei der Ernte, aber auch bei den Pflegemaßnahmen gehabt haben. Wie schaut der Bio-Anteil für die Landwirtschaft im heurigen Jahr aus? Ja, die Kärntner Bio-Bauern bewirtschaften ungefähr 25 Prozent der Fläche, der agrarischen Fläche in Kärnten. Und deswegen wäre es einfach angebracht, dass die öffentliche Hand zukünftig auch genau diese Menge an Bio-Lebensmitteln in ihren öffentlichen und Großküchen einsetzt.